Heute zeige ich euch einen Multi-Merch-Glitch. Ein Merch, wo ihr Back-to-Back-Fahrzeuge merchen könnt am Stück. Und weil dieser Glitch so geil ist, würde ich jetzt schon was finden, einen fetten Live-Sidee zu lassen und viele, die schon nicht abonniert haben, abonniert mich auf was die krassesten Glitches in GTA. Aber ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal direkt an. Was braucht ihr für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr einfach die LSK-Mitgliedschaft, da wir hier einen Sprintrend starten müssen. Außerdem brauchen wir diesen Glitch auch die Möglichkeit, CO zu werden. Und klar, weil es ein Merch-Glitch ist, braucht ihr natürlich auch ein Spenderfahrzeug, ein Geberfahrzeug, das bedeutet ein Fahrzeug, was die ganzen krassen, geilen Tuning-Teile hat. Und, na klar, weil es ein Merch-Glitch auch ist, ihr braucht hier Fahrzeuge, die die ganzen Tuning-Teile erhalten sollen, die ihr merchen möchtet. Davon so viele, wie ihr wollt. Es ist völlig egal, wie viele Fahrzeuge ihr merchen möchtet, denn diese Glitch könnt ihr so lange machen, wie ihr wollt. Aber davon abgesehen, klar, braucht ihr hier für diesen Glitch auch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und zu guter Letzt braucht ihr hier auch die Yacht, da wir hier den Kapitän als Kontakt brauchen am Handy. Gut, habt ihr das Ganze? Danke mit dem Glitch anfangen! Als erstes seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA-Online-Sitzung. Ist völlig egal, welcher? In meinem Fall habe ich das Ganze in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn wir fahren jetzt hier zur Arena. Und nein, Leute, wir brauchen die Arena hier nicht, denn wir fahren hier einfach seitlich zur Arena ran. Und Leute, bevor wir uns jetzt hier verglitschen, schaut noch mal gut auf die Karte, wo eure Yacht ist. Denn später werden wir nicht die Karte mehr öffnen können und deswegen müssen wir jetzt schon wissen, wo die Yacht steht für später. Gut, habt ihr gesehen, wo die Yacht ist? Dann können wir uns jetzt verglitschen. So, jetzt würden wir eigentlich zum Verglitschen gehen. Aber viele von euch haben hier geschrieben, dass das nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich sollte, wie ich es damals hier in diesem Video erklärt habe. Das Ganze geht aber noch, was ich im Stream auch getestet habe. Trotzdem haben manche von euch das Problem, dass sie statt der dritten Fehlermeldung später eine Netzwerkfehlermeldung bekommen. Und dadurch werden sie nicht mehr verglitscht. Aber dafür gibt es tatsächlich einen Workaround, den ich euch jetzt hier stattdessen zeige. Wie gesagt, die alte Verglitsch-Methode an der Arena funktioniert generell auch. Aber falls ihr das Problem habt, solltet ihr genau das jetzt machen, was ich jetzt erkläre. Denn ihr geht jetzt einfach wieder zum Schalter, dass ihr oben links die Meldung habt, rechte Falters zu drücken, um in den Schalter reinzugehen. Aber ihr bleibt so jetzt, wie ihr seid, dass die Meldung oben einfach da bleibt. Denn jetzt brauchen wir den Bot. Das bedeutet, wir gehen jetzt ins PSN-Menü und suchen jetzt unseren Bot raus. By the way, Leute, eure Bot-Name habe ich natürlich in die Kommentare geschickt, also checkt's mal ab. Gut, haben wir uns unseren Bot gefunden, dann treten wir jetzt einfach bei. Ist jetzt die erste Meldung da, dann spammen wir jetzt die rechte Pfeiltaste und drücken X. Dann kommt die zweite Meldung, hier drücken wir auch einfach X. Und bei der dritten Meldung, Leute, dass es jetzt wirklich zum Privat ist, filmen wir unser Headset, dann brauchen wir dieses Wumm, 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 dass wir hier in die Wolken reingezogen werden. Und beim dritten Wumm, Leute, bestellt man das Ganze auch mit X. Und wenn alles funktioniert, sollten wir wieder runterspawren und sollten jetzt verglischt sein. Aber woran merkt ihr jetzt, dass ihr wirklich verglischt seid? Und woran merkt ihr jetzt einfach, dass ihr verglischt seid? Naja, der einfachste Weg, das zu sehen, ist tatsächlich, ihr habt hier keine Minimap mehr. Wenn ihr keine Minimap mehr habt, perfekt, dann seid ihr verglischt. Denn euer Freund muss euch jetzt ins LSK-Meet einladen, da ihr in eurem Modus, dass sich jetzt hier kein Gebäude mehr so betreten könnt. Wurdet ihr eingeladen, nehmt ihr jetzt einfach die Einladung an. Seid ihr jetzt im LSK-Meet angekommen, dann registriert euch als erstes als CEO. Oh, seid ihr jetzt als CEO registriert, dann bestellt ihr jetzt über Mechanica das Fahrzeug, was das Spenderfahrzeug ist, was das Geberfahrzeug ist, was die ganzen krassen geilen Turing-Teile hat. Und by the way, Leute, ab jetzt kann sich euer Freund auch verglischt gehen, falls er parallel mit euch merchen möchte. Das ist absolut machbar, kein Problem. Gut, seid jetzt ihr, beziehungsweise euer Freund, falls er mitmerchen möchte, ready jetzt an diesen Schritt, dann startet jetzt einer von euch das Sprint drin. Also völlig egal, wer da startet, in meinem Fall starte ich es jetzt hier einfach. Denn wir gehen jetzt einfach hier ins Interaktionsmenü, gehen jetzt hier auf LSK-Meet, gehen auf Sprintrennen. Euer Freund, willst du eine Einladung auf dem Handy erhalten, einfach annehmen. Dann wird jetzt einfach der Counter runterlaufen und das LSK-Meet Sprintrennen wird gestartet. Seit ihr jetzt in den Sprintrennen angekommen, fahren wir jetzt zu irgendeinem LS Customs. In meinem Fall fahre ich jetzt einfach zu diesen LS Customs hier. Seid ihr bei diesen LS Customs angekommen, dann müssen wir jetzt hier unseren Buzzard bestellen. Es ist völlig egal, ob der Buzzard für euch 25.000 Dollar kostet oder gratis ist. Hauptsache ihr könnt den Buzzard hier bestellen als CO-Fahrzeug. Und ganz wichtig, ihr müsst schauen, wo dieser Buzzard gespawnt ist. Denn er darf nicht zu weit weg vom LS Customs sein. Darauf müsst ihr wirklich achten. So, in meinem Fall steht er jetzt hier, das ist absolut nah genug, deswegen passt das Ganze. Denn wir fahren jetzt einfach ins LS Customs rein. Wenn wir jetzt im LS Customs angekommen, dann drücken wir einmal Kreis, dass wir jetzt hier die Meldung haben, bis du sicher so verlassen möchtest. Und jetzt Leute, respawnt ihr, indem ihr 3 gedrückt hält. Und wenn ihr so respawnt seid, werdet ihr merken, dass ihr jetzt ein Infinity Black Screen habt. Um diesen Black Screen wieder rauszukommen, müssen wir jetzt wieder unseren Bot suchen. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder ins Playstation Menü und suchen unseren Botnamen raus. Und immer noch Leute, eure Botnamen in den Kommentaren, also checkt es mal aus. So, habt ihr euren Bot gefunden, dann treten wir jetzt bei. Aber ihr drückt nichts mehr in GTA. Denn wenn es die erste Meldung geladen ist, dann müssen wir tatsächlich jetzt unserem Freund jetzt nochmal beitreten. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder ins Playstation Menü und suchen jetzt unseren Freund. Im Einfall, wir gehen jetzt hier in einer Party, macht das Ganze einfacher. Und wir gehen jetzt auf sein Profil und treten ihm bei. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Denn die Meldung vom Freund muss natürlich jetzt auch im Hintergrund laden. In der Zwischenzeit wird sich die Meldung in GTA aber geändert haben vom Bot. Das ist nicht schlimm, das ist normal. Habt ihr circa 5 bis 10 Sekunden gewartet, dann könnt ihr die Zielmodus-Meldung vom Bot akzeptieren mit X. Und die zweite Meldung, die dahinter kommt, ist vom alten Freund, da ihr schon da sitzen teilnehmt. Und die akzeptiert ihr auch mit X. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr es zu Fuß bohren, aber eure Minimap ist immer noch nicht da. Wenn ihr das geschafft habt, sehr gut. Falls jetzt warum auch immer eure Minimap zu sehen seid, dann seid ihr leider nicht mehr im Modus und könnt leider dem Multimerge nicht weitermachen. Aber gut, in Malphat hat das Ganze hier wunderbar funktioniert. Das bedeutet, wir können Glitch weitermachen. Denn wir schlafen jetzt einfach unseren Helikopter ein und fliegen los. Nach kurzer Zeit werden wir aber wieder zurückgeschmissen und das ist völlig normal. Das ist kein Problem, denn beim zweiten Anlauf, wo wir losfliegen, können wir dann jetzt zu unserer Yacht fliegen und werden nicht mal zurückgeportet. Sind wir jetzt bei unserer Yacht angekommen und sind auf der Yacht auch gelandet, dann zückt das Handy und ruft jetzt euren Kapitän an. Denn über das Kapitän können wir jetzt tatsächlich ein persönliches Fahrzeug bestellen. In diesem Sinne bestellt ihr jetzt natürlich das Fahrzeug, was ihr gerne merchen möchtet. Im Malphat ist es hier dieser Slamtruck. Haben wir jetzt einen Slamtruck bestellt, werden wir natürlich aber nicht wissen, wann er geliefert wurde. Deswegen mein Tipp, wartet hier auch 10 Sekunden, denn nach 10 Sekunden sollte das Ding irgendwo gespawnt sein. Aber wie gesagt, wir sehen es nicht, da wir hier nicht die Karte öffnen können. So, habt ihr jetzt 10 Sekunden gewartet, dann respawnt hier einfach mit Dreieck. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr jetzt mit dem gemerchten Fahrzeug spawnen. Wie geil ist das denn? Aber Leute, das Fahrzeug ist natürlich noch nicht gespeichert. Denn wir fahren jetzt mit diesem Fahrzeug wieder zu LS Customs. Sind wir jetzt bei LS Customs angekommen, fahren wir jetzt noch nicht rein? Nein, denn wir bestellen jetzt hier wieder unseren CEO Buzzard. Das bedeutet, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht auf CEO, auf CEO Fahrzeuge und den Buzzard. Und geht auch hier wieder sicher, dass das CEO Buzzard in eurer Nähe gespawnt ist. In meinem Fall ist er jetzt woanders gespawnt und ich muss jetzt mal kurz gucken, wo er denn jetzt ist. Denn wenn er zu weit weg ist, geht das leider hier nicht mit dem Glitch. So, in meinem Fall steht das hier oben an der Straße, ist auch völlig in Ordnung und ist noch nah genug. Das bedeutet, wir können es hier einfach direkt weitermachen. Denn wir fahren jetzt hier in das LS Customs rein. Wenn wir in das LS Customs drin, dann tun wir irgendwas in diesem Fahrzeug um. In meinem Fall mache ich hier einfach mein eigenes Drummondschild dran. Ihr könnt auch irgendwas andersrum ändern, es ist völlig egal. Hauptsache hier irgendwas gewechselt. Und wenn ihr irgendwas gewechselt habt, drückt ihr jetzt wieder einmal Kreis, damit ihr oben wieder die Meldung habt, ey, bist du sicher, dass du LS Customs verlassen möchtest? Und jetzt respawnt ihr wieder mit Dreieck. Das Ganze dürfte euch jetzt wieder sehr bekannt vorkommen. Da hat das Ganze nämlich jetzt nicht einfach durchgehend jetzt wiederholt. Das bedeutet, wenn wir jetzt wieder den Black Screen haben, suchen wir jetzt wieder unseren Bot. So, seid ihr jetzt fertig mit Merchen? Also sprich, euer Freund hat jetzt genug gemercht und ihr natürlich auch. Dann müsst ihr jetzt einfach nur wieder aus dem Modus rauskommen. Wie kommt jetzt einfach im Modus raus? Na ja, ganz einfach. Wir sind jetzt hier wieder auf der Straße und treten jetzt unserem Bot wieder bei. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder ins Playstation Menü und suchen den Botnamen raus. Denn durch, dass wir jetzt jede Meldung vom Bot akzeptieren, die kommen wird, werden wir einerseits aus dem Modus rausgeschmissen, aber zweitens auch aus dem Sprintrennen. Und danach sind wir free to go und können dann wieder alles machen, was wir wollen. Und na ja, das war jetzt der Multi-Merch-Lich Back-to-Back durchgehend Merchen. Ich weiß, der Gisch ist ein bisschen langlebig, aber er funktioniert. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ich werde euch gerne weiterhelfen. Aber Leute, ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.